Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite-Skin Gameplays mit dem Herrn Gleich, die Unendlichkeit, da ist sie, jawohl, auch mit dem Backpack und auch hammergeil mit dieser Lackierung, also richtig, richtig cool. Einmales Komplettpaket bitte und wir lassen es laufen. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Support-A-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Items-Shop unten rechts in der Ecke auf Support-A-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, gehen wir mal direkt in das Gameplay von ihm rein. Ja, dieses mega geile Backpack. Wirklich sensationell. Jawohl, so macht man das. So macht man das. Vielen, vielen Dank dafür. Reingehen. Ehrenmann, absolute Ehrenmann. Reingehen. Roboter zerstören. Weiterlaufen. Er geht in den Roboter rein. Er zerstört den Roboter. Selbstzerstörung. Mega geil. Das ist ein richtig, das ist für mich ein richtig cooler Spieler. Mega, mega geil. Dankeschön. Wir machen das ja auch immer. Dabei ist es uns egal, wo unsere Teammates mit drin sitzen oder wie auch immer. Wir gehen in die Roboter rein, zerstören die Selbstzerstörung und dann gehen wir raus. Also, cool. Und ich würde jedem von euch empfehlen, macht da einfach mit. Geht in diese Mistdinger rein, zerstört sie und dann spielt ganz normal weiter, weil die haben echt in diesem Spiel nichts zu suchen. Die machen auch das Spiel kaputt. Sehr viele Streamer, deswegen jetzt geliebt. Wir haben ja persönlich auch nicht mehr so viel Interesse an dem Spiel momentan. Zumindest nicht am Competitive. Alles aufgrund der Max. Der Roboter. Das ist jetzt echt cool. Guck mal. Und wie geil. Er hat auch das. Geil. Er hat die Lackierung auch auf dem Hoverboard. Das ist so fett. Und den nächsten. Jawohl. Du bist so geil, Junge. Und er hat ihn auch noch. Du bist so geil. Und den nächsten Roboter. Das ist der Roboterzerstörer. Ich finde, der Typ ist mega. Der Typ ist mega. Leute, dieser Typ ist einfach nur mega. Und den nächsten Roboter. Alter. Du bist so geil, Junge. Bestes Gameplay ever von den ganzen Skin Gameplays, die wir bis jetzt gezeigt haben. Jawohl. Junge, 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 Junge. Ist das geil. Alter, ich stehe am Rad. Dieser Typ ist sensationell. Dieser Typ ist einfach nur geil. Wie viele Roboter hat er jetzt auf einen Schlag zerstört? Vier Stück hintereinander. Junge, du bist so geil. Ich liebe diesen Typen. Mega cool. Bitte, wirklich alle, die das sehen, macht es ganz genauso. Das ist Ehrenmann pur. Dieser Typ, der Spieler hier. Mega geil. Sensationell. Ich bin froh, dass endlich mal einer da ist, der es macht. Mega geil. Fett. Das sieht so geil aus, ne? Das sieht so geil aus. Jawohl. Und den nächsten Roboter zerstören. Jawohl, Mann, du bist wirklich, du bist ein Traum. Megageil. Den nächsten Roboter zerstört. Junge, 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 Junge. Beste Spieler von allen Gameplays, die wir bis jetzt hier von anderen Leuten gezeigt haben. Mega alter. Und der ist gut. Der Typ, der ist echt gut. Gefühlt mir sehr gut. Ich bin total begeistert. Ich bin total begeistert von dem Momentan. Ich bin total begeistert. Ich bin total geflasht von dem. Der Typ ist echt einfach nur cool. Cocke. Eine coole Socke. Ja, ich muss es jetzt einfach nochmal hier zeigen. Ein Roboter hat er zerstört. Nummer 1 Roboter Nummer 2 Roboter Nummer 3 Wir machen auch die Roboter kaputt Egal ob es von Teammates ist oder von jemand anderem Der nächste Roboter Roboter Nummer 4 Roboter Nummer 4 5 Das ist, Leute, das ist für mich jemand, der dieses Spiel liebt Das ist für mich jemand, der dieses Spiel liebt Er zerstört die Roboter, die dieses Spiel haben All I know, I'm a motherfucking legend It's so great for my city I'm the realest one that's reppin' Oh my god, oh my god If I die, I'm a legend Mega geil Ja, Leute, wenn euch dieses Gameplay gefallen hat Ja, und ich muss sagen, für mich, also wenn ich Gameplays Benotungen geben müsste, wäre das hier eine glatte 15 von 10 Das ist für mich momentan das geilste Gameplay, das wir jemals hier präsentiert haben Den hätte er mit Sicherheit auch gleich noch zerstört Der Typ ist einfach nur mega cool Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben Dann schreibt was in die Kommentare Aber nicht den Kanal Und schaut jetzt nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays Bis mit mir dem Herrn gleich Haut rein, macht's gut, bis dann Und tschüss